so ein Noob Oh Nö, komm Ihr macht uns ein Pferde Viel Spaß Pferde? Ja, Pferdi Oh, ne, oh, shit Mach den nicht, mach den nicht, geh weg, geh weg Ja, einer, ja Boah Der macht zehn Leben Herzchen, lass mich mal Das ist wieder so ein Problem, also ein Die Liedertum Die Liedertum Oh, komm mal was Mo, komm, komm, komm Das ist ja fast an, da, da Einige, die hat hier Die Stiftung So, ne, nicht Das steht was Gehen wir weiter? Ja. Guck mal, irgendwie kann man da oben auf dem Turm, ich weiß das. Turm? Aber? Oh, nein. Nicht die Stelle. Der Turm. Die Mannschaftsleben. Ja, geil, ne? Wie soll das mit dem Turm gehen? Da gibt's auf jeden Fall irgendwas. Boah, kommen hier viele. Bin hier gar nicht mehr in Erinnerung. Ja. Warte noch ein kleines bisschen. Ich weiß ja, was da kommt. Da ist noch nix. Ich kenn das doch schon. Ja, trotzdem. Ich hab's mal. Okay. Oh, ne, hau ab. Oh, wenn du mir jetzt schreit. Oh, ne, hau ab. Also meine Knie bringen mich um, ey, das ist schratt. ich bin ich nicht da hat sich halt nur meinen so wie ich Ich bin ein wenig, das ist. Ich bin ein wenig. Ich bin ein wenig. Ich bin ein wenig. Oh nein! Nein! Was? Ich habe mich nicht mehr, ich habe mich nicht mehr, ich habe mich nicht mehr. Oh! und das überleben sagt ich bin schon wieder gestorben gibt es nicht da oben kann man hochgehen ich bin da hochgekommen dann geht sie weiter ja oben nein was ist das denn oh da gibt es ein extra Leben und Rüstung halt ja ich glaub da kommt sowieso jetzt noch mal einer hm normalerweise kriegen jetzt noch ein bisschen so oh beyer die Big Mama sicher nicht Big Papa hm gib eine gute Tötungsmethode alle in einer Ecke nein das ist Big Papa ne oder ne Big Mama ja du hast den besten Platz wenn du da oben stehst ne ne so komm 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 ich aber nicht rein ja okay ja ich muss da auf die Palme schwingen ja boah ey bin ich auch gestorben ja klar wo ist denn das Alter 2 fike rung komm mal in einer Ecke hier wir müssen hinter den zweiten Pfeiler sein ne alle hier so bleibt hier hier so in die Ecke so dann kann man gut Dann bleibt er mal da Der gibt mir echt noch eins drauf Verrascht 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 Geht Geht Auf Möchtest du noch eine bisschen machen, oder was? Sollen wir auf, oder sollen wir jetzt hier aufhören? Ich wirfe aufhören. Die erste Kampagne. Also, hören wir dann auf? Was? Wie, wir hören auf. Wir hören auf. Mh. Wir schaffen das nächste Kapitel für eine halbe Stunde. Ne. Damit sein muss. Ja, auf jeden Fall, weil... Weil? Was? Ja? Ja, war angebracht. Warum? Ja. Da schiebt ihr mich? Hallo? Ich hab dich nicht geschoben, du bist da runtergefallen, da bin ich hochgegangen. Nein, ich wurde weggeschoben gerade. Ich war ganz weit hinter dir, als du weggefallen bist. Wollt ihr mich jetzt hier veranschen? Pfff. Der geht nicht auf die oberste Kiste drauf, ne? Der rutscht von der obersten Kiste drauf. Ich hab ein Fehler, so jetzt, jetzt lass mich da hin, jetzt. Mein Gott. Ja, nur wegen mir bist du jetzt da hochgekommen. Das.